Hi Leute und Willkommen bei Jan und Maxi. Heute machen wir Longboard Downhill. Ja, und zwar die ganzen Berge, die hier so sind, fahren wir runter. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Aber Jan ist schon mal bis zu den Steinen gekommen. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Ja, er hat es geschafft. So ist der Wind. So ist der Wind. haha er ist über das Teil drüber geflogen bisschen die Knie geneigt und er flattert, flattert, butter, butterfly und hier hin boom das war 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 1 5 6 5 6 6 5 7 10 7 Ouuuuuuuuu! Und, ab hier gang! Ach du scheiße! Der ultimative Hügel! Ich ne, schluck nicht mehr an Schrocken! Ah! Nochmal! Fuck the fuck! Boah, Scheiße. Boah, Scheiße. Boah, Scheiße, Scheiße. Boah, Scheiße. Das war richtig. Boah, die fallen erst mal mit dem Fahrrad an. Los. What the fuck? Boah. What the fuck? Boah, alles okay? Ja, das war's mit diesem Video. Wenn ihr uns abonnieren wollt, klickt da drauf. Wenn ihr sehen wollt, wie wir Blätter sammeln für ein großes Projekt. Und zwar, wir wollen einen riesigen Blätthaufen machen. Und dann da durchfahren, durchrennen, alles Mögliche. Ja, dann klickt da drauf. Oder wenn ihr irgendein zufälliges Video von uns sehen wollt, dann klickt da drauf. Noch welche Ideen habt, schreibt es in den Kommentaren. Fragen zu unserem Kanal oder sonst was, schreibt es auch in den Kommentaren. nectarrijers Grandinententententententententent just – Hollw